Folgt den göttlichen Micky jetzt auch auf Twitch für tägliche göttliche Streams Was spiele ich da? Die sollte nicht verlieben sein Was? Nein, das ist dein... Ah! Oh! Sagt ihr das? Bitte, na klar Ey, der hat einen größeren als du Oh shit, Alter Ich hab halt gesehen, wie die Granate vor mir landet und dann schon wegslaufen Oh shit, Alter Wie schreibt man die Scheiße? Zum Klick, du weißt nicht, wie man das schreibt Ich bin S-H-A Und dann O-W Film nicht, wie gast du mir, Alter Der Typ ist cool, Alter Mir läuft grad kalt den Rücken runter, Alter Hab ich grad wirklich so laut geschrien, Alter? Ja Nein Du siehst mich nicht, du siehst mich einfach nicht Habt ihr heute es euch schon selber gemacht? Ja? Nein? Vielleicht? Bitte kreuz dir hier an Ich mach's jetzt nach dem Kanal Yo! Wichser, Alter Jetzt gibt's von oben was Alles Gute, komm von oben Was? Du... Wie oft? Wie haben sie es gemacht? Links Rechts Beide Hände Gar keine Hände Mit dem Kissen Spezielle Spielzeuge Ich mach noch Achso, okay Sag dann Bescheid, wenn du fertig bist Oder wie man in Portugal sagen würde Puta Ilida Puta Möchte viel Hühnchen Das bestimmt ... ??? A Oh shit, Alter Klimbinus bitte ... ... Er ... Okay. Zweiter Kel. Jetzt hab ich mit ihm drücken. Holy shit, Alter! Ich hol sie mir alle. That's it. Fehlen noch zwei. Alles gut, die hol ich mir auch. Kein Problem. Okay, doch. Vielleicht auch nicht. Ich bin tot. Ja, das packen wir nicht. Ich hab einer. Wir machen grad Gangbang. Micky, du musst das alleine schaffen. Human Centipede. Human Centipede. Ich hab mal wieder die bestesten Teammates allerzeit. Okay, das sieht echt nicht gut aus. Hä? LOL, als ob ich... Was? Ich geh so voll drum herum. Das sieht doch scheiße aus. Was soll es sein? Der Kopf ist auf jeden Fall ein Hest. Das sieht doch scheiße. Ernsthaft? Alter. Der hat einfach Downsiegel, wenn so wie das ausschaut. Wiggle, wiggle, wiggle. Warte, soll ich mal so richtig so... Einen auf... Middle-Streamer machen? Wiggle, wiggle, wiggle. Ja. Wiggle, wiggle, wiggle. Bamm. Ich bin besser als du. Viel, viel besser. Ich seh das genug. Ich komm mit nem Messer. Und dann gibt's bei dir Blut. Zack. AIDS. Ne, ADS. Ich kann jetzt das Messer nehmen. Nimm es. Nimm es. Nimm es und stich's ab. Ja. Boah, jetzt kann ich mich verteidigen. Warum hab ich nicht von Anfang an einfach ein scheiß Küchenmesser genommen? Ich spring dich um am K. Ja. Bei mir... Für die... Als ob, Mann. Wie viel soll ich noch von dir kaputt machen? Äh, ich brauch nur zwei... Äh, Dings... Okay. Ich brauch nur zwei Dings-Authentifizierung mit der Handynummer. Dani! Hä, als ob du dich jetzt einfach so rumgebracht hast. Ja. Hey, 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 hey! Ich bin tot, ich bin tot. Ich auch. Boah, 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 boah! Boah, boah! Warte mal, nein... Nimm! Gönn dir! Der hatte Hunger! Oh, die wollte, den Drogen überdenkt haben... Easy, Alter! Wo hast du die ganze Kraft, Her?! Ah! Okay, zu viele Drogen sind nie gut! Was war ich denn zu Japan, Alter? Hatoum. Achso! Wer Internet zur Verfügung hat und mit Internet mit umgehen kann, der, der braucht keine Pferd. Da! Ha! Loil! Ich hab noch nie in den selben Moment hinein. Was? Wie oft hab ich ihn getroffen? Ich hab jemanden geflasht, what? Santa la Sonja! Ich seh dich! Ich seh dich! HAAAAAAA! Ich hab jemanden geflasht! Bis zum nächsten Mal.